Hallo und herzlich willkommen zu diesem After Effects Tutorial für Marmoworld.com. Mein Name ist Matthias und heute zeige ich euch, wie wir hier die Zeiger von einer Analoguhr bewegen. Und das machen wir mithilfe von Expressions und damit wir da gar nichts programmieren müssen, machen wir das mithilfe von Eye Expressions. Das ist so eine ganz einfache Sache. Wenn wir kurz hier mal auf das Projekt gucken, was ich hier vorbereitet habe. Wir haben hier eine Kamera und ein Licht. Das ist, weil das hier alles 3D-Objekte sind, nur damit das ein bisschen netter aussieht, damit die hier einen Schatten werfen und so. Das könnt ihr genauso gut auch einfach in 2D mit normalen, einfachen Bildern für die einzelnen Zeiger und das Ziffernblatt zum Beispiel machen. Gut, dann haben wir also diese Ziffernblattebene, die einfach nur dieses Ziffernblatt darstellt. Und wir haben Bilder für die drei Zeiger, Sekundenzeiger, Minutenzeiger und Stundenzeiger. Und ich habe jetzt die Drehung, also für eine 3D-Ebene, in dem Fall also die Z-Drehung, schon mal gekeyframed. Da habe ich einen Keyframe hier und nach einer Minute gesetzt, sodass sich der Zeiger hier einfach entsprechend dreht. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, dass hier der RAM-Vorschau, dass hier der Zeiger sich jetzt entsprechend dreht. Aber bei normalen Uhren ist es ja nicht so, dass der Sekundenzeiger hier ganz kontinuierlich sich bewegt, sondern dass der in einzelnen Sekundenschritten geht. Und wenn man das keyframen will, dann ist es natürlich sehr mühselig, wenn man für jede einzelne Sekunde einen neuen Keyframe setzen muss. Und das geht deutlich einfacher mit Eye Expressions. Und zwar benutzen wir da die Snap-to-Grid, also sozusagen am Gitter ausrichten Eye Expression. Und diese Eye Expression ist eigentlich konzipiert, um zum Beispiel Bewegungen entlang von Gittern zu machen. Ich habe hier also in diesem Beispiel einfach diesen Punkt, der sich hier bewegt mit zwei Keyframes und ich habe hier so ein Gitter. Und der Gitterabstand von einem zum nächsten sind 100. Das heißt, ich kann hier diese Grid Size, das heißt, die Gittergröße auf 100 stellen, wende das auf die Position an und dann springt hier dieser Punkt von einem Gitterpunkt zum nächsten entlang der gekeyframeten Bewegung. Und jetzt kann ich hier auch so eine gewisse Weichheit einstellen. Ich sage jetzt zum Beispiel mal Weichheit 25 Prozent und wende das nochmal an. Und wenn wir uns das angucken, dann sieht das so aus, dass der von einem Punkt zum nächsten sich langsam bewegt. Und genau das Gleiche wollen wir für unsere Drehung ja auch haben. Und dazu wenden wir das Ganze jetzt, ich mache die Weichheit erstmal nochmal auf 0, auf diese Drehung an. Ja, man kann das nicht nur auf Positionen anwenden, sondern auch auf Drehung. Wie groß ist jetzt unsere Gittergröße? Nun, wir haben insgesamt eine Umdrehung 360 Grad. 360. Und wir wollen, dass er das in 60 Schritten macht. Ja, 60 Sekunden. Das heißt, geteilt durch 60. Ich klicke Return, damit er das ausrechnet. Hier haben wir also in jedem solchen Eingabefeld in iExpressions wie so einer kleinen Taschenrechner eingebaut. 6 Grad sind also unsere Schritte. Und das wende ich jetzt hier drauf an. Anwenden. So. Und wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, dann sieht das so aus. Wir sehen also, dass der jetzt schön in einzelnen Sekundenschritten geht, aber er springt halt ganz abrupt von einer Sekunde zur nächsten. Und das können wir jetzt genau wie in dem 2D-Fall auch hier einfach ändern, indem wir hier eine Weichheit einstellen von, ich sage mal, vielleicht irgendwie 35 oder 36. Das bedeutet, 36 Prozent der Zeit verbringt er, um von einer Sekunde zur nächsten zu springen. Und die restlichen 65 Prozent bleibt er dann stillstehen an dieser Sekunde. Wenn wir das jetzt nochmal anwenden, dann sieht unser Resultat so aus. So. Und das ist jetzt schon ein sehr natürlich, realistisch sich bewegender Sekundenzeiger, der also von einer Sekunde zur nächsten springt und an jeder Sekunde immer schön Pausen macht. Und das, wie gesagt, durch die iExpression vollkommen automatisch. Das heißt, sobald ihr hier eure Keyframes ändert, werden diese Schritte auch automatisch angepasst. So. Damit haben wir den Sekundenzeiger dann sozusagen abgehakt. Und das Nächste, was wir jetzt noch haben möchten, ist, dass sich der Minuten- und der Stundenzeiger automatisch passend zu dem Sekundenzeiger mitbewegen. Und dazu benutzen wir eine andere iExpression aus unserer Bibliothek, nämlich aus den Physik-Simulationen bei den Echtzeit-Physik-Simulationen die Cockwheels-iExpression, also die Zahnrad-Eye-Expression. Hier handelt es sich ja nicht wirklich um Zähne oder Zahnräder, aber man hat hier halt Elemente, die sich drehen mit zueinander passenden Geschwindigkeiten. Und das kann man einfach durch solche Zahnräder leicht darstellen. Also wir missbrauchen sozusagen eigentlich die Zahnrad-Eye-Expression hier für diesen Zweck. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir wollen den Minutenzeiger passend zum Sekundenzeiger drehen. Das heißt, ich gehe hier nochmal auf die Z-Drehung. Hier, das ist der Wert, den wir ändern wollen. Hier diese Drehung von dem Minutenzeiger. Und ich setze die erstmal auf 0, damit das mal hier oben anfängt. Und wende jetzt diese iExpression drauf an. So, und zwar müssen wir da zunächst mal sagen, welches andere Zahnrad bzw. welche andere Drehung treibt diesen Zeiger sozusagen an. Das in dem Fall wollen wir, dass der Minutenzeiger dem Sekundenzeiger folgt. Das heißt, auf dessen Z-Drehung gehen wir und verlinken die hier. Das heißt also, diese iExpression wird jetzt den Minutenzeiger passend zu dem Sekundenzeiger drehen. Und jetzt möchte die iExpression hier wissen, okay, wie viele Zähne hat dieses Zahnrad und wie viele Zähne hat das andere Zahnrad. Jetzt haben wir hier ja nicht wirklich Zähne, aber diese Zähne kann man sich auch als Schritte vorstellen. Dass man sagt, okay, wenn das andere Zahnrad einen Schritt macht, oder wenn das andere Zahnrad 60 Schritte macht, ja, wenn wir sagen, der Sekundenzeiger hat 60 Schritte gemacht, ist 60 Sekunden weitergeschritten, ist also eine ganze Minute weitergeschritten. Wenn der Sekundenzeiger 60 solche Schritte gemacht hat, dann soll dieses Zahnrad einen Schritt machen. Und das kann man hierdurch so darstellen. Und was wir für diese Uhrgeschichten grundsätzlich anhaken müssen, ist hier diese Flip Direction, also Richtung umdrehen. Zahnräder laufen immer normalerweise in entgegengesetzte Richtung. Wenn das eine rechts rumläuft, läuft das andere links rum. Hier die Uhrzeiger sollen ja alle in die gleiche Richtung laufen, deswegen hier das Häkchen setzen. Okay, wenn wir das hier jetzt also auf die Z-Drehung anwenden, also hier selektieren und anwenden, dann dreht sich der Zeiger automatisch mit. Und wir können sehen, nachdem der hier, der Sekundenzeiger, eine komplette Drehung gemacht hat, ist der Minutenzeiger tatsächlich hier eine Minute weitergerückt. Und das funktioniert problemlos auch im Zusammenhang mit der Snap-to-Grid-Eye-Expression, die den hier immer so in solchen Schritten weiterlaufen lässt. Der Minutenzeiger bewegt sich hier ganz genau passend dazu. Und wenn der Sekundenzeiger fünf Umdrehungen gemacht hat, dann wäre der Minutenzeiger eben entsprechend bei fünf Minuten. Und obwohl diese Expression jetzt hier aktiv ist, kann man das Ganze trotzdem zusätzlich noch keyframen, wenn man möchte. Das heißt, angenommen, wir wollen, dass der Minutenzeiger jetzt nicht hier oben startet, bei zwölf, sondern hier bei drei Uhr. Drei Uhr, das würde ja 90 Grad entsprechen. Das heißt, wir können hier einfach 90 Grad setzen. Und dann sehen wir, wenn wir hier an den Anfang der Zeit gehen, startet er hier bei drei Uhr, also bei 90 Grad. Und über den Verlauf dieser einen Minute geht er dann weiter eben von 15 Minuten auf 16 Minuten hier. Das heißt, das funktioniert weiterhin. Und im Prinzip kann man das sogar auch keyframen, dass man sagt, okay, der soll von hier aus, ich klicke hier mal auf Keyframe, bis hier kurz später irgendwie noch eine volle Umdrehung machen. Dann tut man hier einfach noch eine ganze Umdrehung dazu. Und wenn man sich das dann anguckt, dann wird er hier also sich ganz normal passend zur Expression bewegen und von hier nach hier ganz schnell eine komplette Umdrehung vollführen und dann von da aus wie gewohnt weitermachen. Das sind aber eher Spezialfälle. Das heißt, hier diese Keyframes lösche ich jetzt nochmal. Und die letzte Frage, die jetzt noch bleibt, ist, wie ist das mit dem Stundenzeiger? Der Stundenzeiger funktioniert im Grunde genau wie der Minutenzeiger, nur dass der nicht dem Sekundenzeiger folgt, sondern dem Minutenzeiger. Das heißt, ich entferne hier nochmal diesen Link und habe jetzt hier nochmal die Z-Drehung des Minutenzeigers selektiert, sage also, diese Eye-Expression soll dem Minutenzeiger folgen und die wende ich auf den Stundenzeiger an. Jetzt müssen wir uns nochmal mit den Zähnen Gedanken machen. Also hier auf die Y-Drehung wird das angewendet. Oh, natürlich nicht auf die Y-Drehung, sondern auf die Z-Drehung. Und mit den Zähnen ist es jetzt so, wir hatten vorher gesagt, wenn der Sekundenzeiger 60 Sekundenschritte geht, dann geht der Minutenzeiger nur einen solchen Schritt. Jetzt hängt das ja von dem Minutenzeiger ab, das heißt, die Frage ist, wenn der Minutenzeiger 60 solche Schritte geht, dann geht der Stundenzeiger nicht einen Schritt, sondern 5. Das von hier nach hier sind ja 5 solche Sekundenschritte, also tragen wir hier 5 ein. Und das wenden wir jetzt auf die Z-Drehung an. Und jetzt sehen wir, dass der sich hier auch so ein kleines Stück weiter bewegt hat. Und wenn wir uns das jetzt angucken, jetzt ist es so, naja, okay, in dieser einen Minute, da passiert natürlich mit dem Stundenzeiger nicht viel, ja, also fast nichts an Weiterbewegung, da sehen wir nicht viel. Da müssen wir jetzt unsere Sekundenzeigerbewegung, von der alles abhängt, mal etwas beschleunigen, um den Effekt zu sehen. Wir sagen jetzt mal, innerhalb von dieser 1 Minute läuft unser Sekundenzeiger nicht eine volle Umdrehung, sondern 60. Wir machen also so eine Art Zeitraffer, wo der sich insgesamt 60 mal 60 Umdrehungen macht, das heißt, 60 Minuten finden hier statt. Und dann sehen wir, dass der Stundenzeiger ist zunächst hier und dann eine Stunde später. Die anderen Zeiger drehen sich also wie wild, kommt der Zeiger dann hier an. Das heißt, von da bis hier ist tatsächlich genau eine Stunde weitergesprungen. Und wenn man jetzt die Uhr am Anfang entsprechend stellen will, kann man wie gesagt einfach von dem Stundenzeiger hier die Rotation anpacken und das entsprechend setzen. Das heißt, wenn wir bei 2 Uhr starten wollen, dann ist er halt entsprechend nach einer Stunde bei 3 Uhr. So, das war es dann auch schon mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hilft euch bei euren zukünftigen After Effects Projekten. Mein Name ist Matthias und ich hoffe, dass ihr auch im nächsten Tutorial wieder dabei seid.